Ihr Schweine. Ich habe euch alle fertig gemacht. Jeden einzig von euch besiegt. Was hat Wizard-Fat-Ass tell you? That we broke the rules and took the stick last night? He's lying! Cartman is the one you should be fighting against. He's hiding the stick, which is cheating. And acting all betrayed and sad to get you to recruit more people for him. We tracked a Twitter-raven who says you are currently trying to recruit the Goths for the wizard. Go recruit them, but bring them to us. Then we can ransack Cartman's stupid kingdom and get the stick back once and for all! I'm trusting you to do what's right. And kid, if you betray us, we'll tell everyone you're a butthole. Oh nein! I am sending our best ranger to help guide you! The Bard is also at your disposal now! Hm. Das geht schnell. Don't let Cartman use you! All is lost. My contacts, my maps, my friends list. All taken from me by the She-Ogre. She has no soul. You will help me battle the She-Ogre and reclaim my iPhone? Perhaps you are one to be trusted. Very well. Let us end this! Okay, die Ogerin. You know what every good Bard should have? A flute! If I had a flute, I could play f-f-f-fantastic melody. If I only had a flute! My Facebook says the ranger might be selling one. You know where the ranch is? I'd love to see if I could buy that flute! Flute? Hey! Our king may trust you, but that doesn't mean I have to. I don't believe it. The humans have raised banners around town claiming Elf territory for their own. So sayeth the well of insight. Plus it's all over Twitter. The well says balance can be restored only if a chosen one were to fuck up their banners. Okay. These human banners are dark tidings. Will no one break this shit out of them? Mama. Wait! Understand what I have to operate. Don't give anything else to do. Okay, do all the humans have to survive. Oh, alles klar. Ich vertraue mich aber nicht. Schau, hier kann man auch nichts machen. Das war ein tolles Tor. Das musste ich echt sagen. Einige Alli der Elfkirchen ist ein Alli meiner. Und meine Schaub ist offen zu dir. Ich brauche den ganzen Kram hier. Noch noch ein dickfettes Mann. Ja, langen Bogen. Das sind so krasse Sachen. Das war's für die Alter, das sind Laserschwerte. Bester Schitte. Jetzt sind wir hier bei den Buflaskis. Oh, okay. Dreck die Quantum Theorie. Oh, guck mal Quantum Theorie war härter sendlich. Ähm, okay. Wir nutzen alle Unterhosen. Wir werden noch später fahren, hoffe wir die brauchen. Oh, der außerirdische Orca. Tömer. Auf dem Seite ist, wo meine Eltern schlafen. Und links von dem ist die Kabe des She-Ogre. Okay, noch mit den Orca fertig. Gib mir zurück mein iPhone, Demond! Du, kleine Turd! Ich habe Hilfe gebracht. Lass uns mal versuchen, uns beide zu holen. Oh Gott. Ich habe Hilfe gebracht. Oh, du schweißt du. Ich glaube, meine Mutter hat eine ziemlich süße Arbeit mit meinem Kostüm. Geht ihr, ob ich meine Statistik verabschiede, während wir hier warten? Wir spielen oder was? Oh Gott. Ach du schweißt. Ich gehe super- μας, nein. Ich gehe knar, beters muss ich machen. Du ministers schweißt,雪 Blinde. Ich gehe runne, wenn man das kann. stupid, aber halt kommt dem zu. Oh Gott, ich gehe Lion дети, spara vaig mich zu machen. Ich spreche Angehör そう, dass du ja, wir waren nicht zu Active. Okay. Hier wird ein harter Gegner. Die Sides sind abzuschültig. Oder ist die Munde dagegen? Der B. Das war viral. Das war's für heute. Ah. Let's see if it's that one. Ach, sorry, okay. Oh, den feinen Witz hat der Bruder. To you, Ogre-Slayer. I'm glad to call you friend. Die Ogren ist erledigt, jetzt können sich alle Elfen wieder gefahren, aus dem Lande lahmen und bewegen. Keiner anderen gefällt das. Können wir jetzt mit da reden? Eigentlich klären wir mal die Nummer. Dann fragen wir mal, ob sie Snapchat hat. Ja. Jetzt haben wir die Nummer. Die klären wir uns noch. Haha. Haha. Spaß. Ahoy, Maplebeard. Und hier sind diese Menschen da. Einschweicht. Komm. Das nächste habe ich nicht. Das nächste habe ich nicht. So. Ich bin fertig, um Zigaretten zu bekommen. Ich bin fertig, um Zigaretten zu bekommen. Weak, dude. Dann geht's. Ich bin fertig. Ich bin fertig, die Leute. Jetzt bin ich fertig. Ah, zu früh. Oh, no, you don't. 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 Okay. Oh, no, you don't. 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 Ich muss sagen, die Musik feier ich irgendwie. Keine Musik. Doch, muss ich echt sagen. Ich dachte, es ist das für ein Nerd. A Taco Bell, can you believe it? Good luck in there, Juspex. You're a braver man than I. It isn't right, I tell you. Out of nowhere, this huge Taco Bell is being built, and now our children are missing precious school time. Parents, we've been assured by the builders that they are working to fix whatever problems they've encountered, and schools should be able to resume soon. Resume soon? Who do they think they are? They think we're gonna see a Taco Bell as being more important than our kids' educations? What if it's not really a Taco Bell we're dealing with? Thanks for coming, new kid. Everyone, this is the kid whose family just moved to town. We've become very close friends. His name is... What's your name? Well, anyway, this child and I witnessed something last night, and I'd like you to hear his story. Go ahead, kid. Tell them, you know, about all the... Go ahead, tell them, tell them that stuff. This is a waste of everyone's time. If the PTA isn't gonna do something about Taco Bell taking over, then the rest of us parents will! Come on! Let's go! Come on! G JOHN! G JOHN! G JOHN! Fuck the conformists! Why? Are they a good lay? This is the PTA meeting young man! Be on your way! I used to have a bad hoarding problem, okay, but I got past it. Now I can just throw things away. Would you mind throwing this away for me? I just need it thrown away somewhere very specific. I'll show you on your map. Okay, all right. All purchases go to support the PTA, okay? I'll show you on your map. Yeah, it looks like it looks good, but no, I don't need this... Okay, I'll show you. Meet me in the bathroom. It's time for you to learn some real power. Okay. Why don't you exercise your free speech at home, little boy? Why don't you exercise your free speech at home, little boy? I'm here. Hey, quit screwing around. Okay, cool. I can tell you have potential, but you are undisciplined. Let me show you what I mean. Come at me. Try and fart on me. Come on. Ki-yah! You call that farting on someone? You missed by a mile. Try again! Ahem. Hai-cha! See that? Your fart's over there somewhere. Didn't come close. So, what do you do when people can block your farts? You must learn to control your farts to move and release at a specific time and place. I'm going to teach you a fart called the sneaky squeaker. It will become your greatest ally. Don't believe me? Try and block my attack. You see that? I distracted you. Distracting your opponents is key to battle. Look, let me show you again. Pay special attention to the viscosity. Okay, you try. Make your fart detonate behind me. Oh, hey, guys. Oh, Mr. Mackey. Now it's your turn. Use sneaky squeaker to distract Mr. Mackey over to the corner there. Hey, did you guys hear that? Sounded like a chipmunk. What are you doing? What are you doing? What are you doing? What are you doing? Very, very good. Now use what I taught you to sneak inside that Taco Bell. Find out what they're up to and report back here. And no matter what happens, never fart on anyone's balls. You got that? All right. Now go. All right. All right. Nobody takes your face. No way to match your face. No. You got... I'm going to put a pile of beer. Maybe tonight at 730 or something I could... Come by and hit you up with my car. Nein, keine Chance. Ich hasse ihn aber nicht. Du fahrst färstlich, wie ein fahrtendes Lein. Ich frage mich, hat der Dragonborn endlich zurück? Vergiss nicht, dein Handtuch mitzubringen, das ist ganz wichtig. Geh deine Populärität in 1.9 Kindern und deinem 401k, Konformist. Geh das Bild, Kerl! Geh konformen, woanders, Kind. Hä? Ich hab doch... Ach, krieg ich das Bild erst, wenn nicht? Okay, ich muss das erst für Randy machen. Und dann... Können wir... Also erst müssen wir für Randy... ... in den vermeintlichen Taco Bell einbrechen. Und dann kriegen wir das Schild wieder. Okay, das Schild wieder und dann können wir euch freuen, die mit dem Kostkinder werden. Ähm, dann würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal einen Aufnahmestopp. Eine Aufnahmepause und... Ich versuche dann jetzt die ganze Scheiße erstmal zu schneiden. Und zu rendern. Und hoffentlich kann ich dann bis Donnerstag was hin. Äh, bis... Freitag. Ich meine, ich bräuchte bis Freitag, nicht Donnerstag. Freitag. Äh, okay, dann macht's gut, Leute. Haut rein! Wird es Dudebeck schaffen, in den Taco Bell-Laden einzubrechen? Was wird er dort vorfinden? Und für wen wird er später die Gostkinder rekrutieren? Und stimmt es, dass dein Dragon Ball zurückgekehrt ist? Das und vieles mehr seht ihr vielleicht... ... in der nächsten Folge von South Park The Stick of Truth. Falls euch diese Folge gefallen hat, schreibt es doch bitte in die Kommentare. Oder liked das Video. Lasst es bleiben, falls nicht. Oder schreibt vernünftige Kritiker. Lange Rede hat kurzer Sinn. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Macht's gut!